Ich habe mich so lange nicht bei euch gemeldet, aber ich bin jetzt in L.A. bei der Rebecca. Und ich habe euch ja gesagt, im 365-Tage-Video, dass ihr die auf jeden Fall mal kennenlernen werdet. Und die nimmt mich jetzt mit in die Area. Und Rebecca wohnt jetzt seit... wie vielen Monaten? Seit November wohnt sie jetzt in Irvine bei L.A. Und da nehme ich euch jetzt einfach mit und dann zeigen wir euch das. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.